hey leute und willkommen zurück zum erneuten video auf den gongerd.net server oder auch toilettenwasser kanal ich bin es jetzt danny und ja wir spielen endergames mit dem kit kangaroo hoffe ich ja kangaroo mein bruder ist auch im hintergrund ja er ist ein bisschen aggressiv weil ich ihm nicht helfe bei etwas und ja ich wollte mal hier so ansprechen da ist jetzt toilettenwasser also hier so da unser skin das sieht richtig geil aus mein bruder hat es gemacht mein trenner spaß bei dem crafting table sieht man das auch noch mal aber viel geiler hier da seht ihr schon da unser skin so richtig bosshaft und dann da toilettenwasser stehen das ist eigentlich richtig nice und ja das wollte ich jetzt mal so ansprechen und warum kein video kam ja wir hatten im moment keine zeit denn mein bruder der musste prüfungen schreiben und also was und ja dann konnten wir halt auch nicht weil sie er nicht und ich ja genau wirtschaftsriese keine ahnung also weil wir halt nicht konnten aber ich weiß auch nicht warum ja genau und wir waren ja auch am ja unterwegs zum beispiel im rhein oder so fahrrad fahren oder auch mal irgendwie genau wir haben auch noch ein real life auch wenn es man schon nicht denken glauben denken ist alles das gleiche glaube ich denke ich ha 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 oh mein gott ja ich übel ne jetzt laber ich da eigentlich nicht klatschig er hat ein holzschwert ja ist geträgt ja ok es darf man nicht sagen ja ich ja ich weiß es tut mir leid gg gut gekämpft ich zweimal gehittet ich habe zwei herzen verloren wow weil ich kann ja auch nichts dafür dass ich so gut bin ja ist echt so eine zweite runde dritte runde die ich gerade aufnehmen weil ich so schlecht war okay ich soll einen gang runterfahren mein bruder gerade ja dann fahren wir jetzt alle machen dann runter denn wenn man es gemeinsam macht gemeinsam ist man stark hä was ist denn jetzt los kevin was gemein was hä ich weiß gar nicht findet ihr das schlimm wie ich jetzt gerade rede weil ich finde es eher schlimm dass das mein bruder so redet also so kenne ich ihn gar ja was denn keine ahnung von wem dieses t shirt ist ja er hängt gerade wäsche ab und es sind mega lex geil matt ja dann gehört es dir sagen wir so hey ich habe gerade nein geh weg geh weg geh weg bitte biete 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 bämm bämm und da ist eine da ist eine kiste da sind zwei die hast du ne habe ich gehört also ja siehst du sag ich doch ich bin ich bin halt ich kann es halt ähm ja mein bruder ist jetzt gerade raus genau juhu jetzt kann ich mir auch nur airmax machen und dann gehen wir da hinten auch noch mal zur kiste ja ja sorry es tut mir leid bitte 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 biete 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 ist da oben da oben ist einer ey das ist ein buschkind und lol ein reales buschkind nein er ist hinten fähig ja komm alter ja 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 und 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 ja 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Dann schnieten wir auch einen. Bis zum nächsten Mal. Ja, aber der ist ungeheuer. Ja, jetzt bin ich ein bisschen konzentriert. Okay, GG. Das war's mit der Runde. Ich hoffe, ich hoffe, es hat sie gefallen. Ich hoffe, es hat sie gefallen. Könnt ihr mal eine Bewertung da lassen? Ja, äh, nee. Äh, ja genau, GG. Es tut mir leid. Ja. Okay, was denn? Was denn, Kevin? Okay. Okay. Ja, jetzt nimmt mein Bruder noch eine Runde auf. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Leute. Tschüss.